Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Neu-Dorf-Kanal. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn bin Jesus bei mir. Nein, Spaß. Heute hat die liebe, kleine, süße Amelia Geburtstag. Ja genau, sie wird ein Jahr alt. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Hallo. Ja, wir fahren heute an Geburtstag, wir haben einen Kuchen, wir haben ganz viele Geschenke für sie und es beginnt gleich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Amelia. Tante Auguri, Cara, Cara, Amelia, Tante Auguri, Ate. Cool. Okay, jetzt pustet sie aus. Eins, zwei, drei. So. Oma ist auch dabei. So, ich nehme die Kärche, Mama. Halt mit, wir hatten alle zusammen. Okay, komm. Eins, zwei, zwei, drei. Es ist noch gefroren in der Videobeschreibung. Bei dem Wetter ist gut. Eistorte. Amelia kriegt Eistorte. So, soll ich weiterschneiden? Geht's? Wird ich leid gebärt? Okay, nimm du mal die kleine Maus. Oh, sieht lecker aus. Schwarzwälder Kirschtorte gibt's. Gefrorene Schwarzwälder Kirschtorte. Und Kakao. Und Kakao. Schoko, 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 schoko. So, wer probiert zuerst? Amelia. Amelia? Ja. Danke. Ein, zwei, drei, drei. Miam, 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 miam. Okay, also. Halt. Halt. Gefroren. Jetzt gibt's mal Torte. Halt. Das ist gut. Wenn man Enkelkinder daheim hat, gell? Kann man da auch einen Geburtstag feiern. Ja, also jetzt, ähm, nochmal zum Thema, weil es bloß eine Puppe ist, meine Lieben. Amelia spielt gern mit ihr. Baby-Bomb, äh, Reborn-Puppen. Sie mag Reborn-Puppen. Und deswegen, äh, soll sie spielen, solange sie will und kann, finde ich. Die ist erst neun Jahre alt und da gehört es sich mit Puppen zu spielen, sogar ich spiele gern. Und das ist doch so eine schöne Geste, oder? Findet ihr nicht? Also gebt einen Daumen für das Video, für Amelia, ja? Ja. Und wann gibt's Geschenke? Jetzt. Gleich nach dem Puppen. Ich bin jetzt gespannt auf die Geschenke. Ja, ich habe das vorgeflossen. Okay, also, wollen wir jetzt zum Kleidens beginnen? Los gehen. Ja. Jetzt sind wir gespannt. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Es klippt in alles. Es klippt in alles, die kleine, die die Maus. Bäh. Ganz wichtig natürlich, anzuwassen, ne? Ich habe es vermutet. Oh, wie süß. Schaut mal. Das ist zusammen? Ja. In zwei Teile, oder? Nee, es ist zusammengenäht. Ja. Ja, das ist zusammengenäht. Voll süß. Ja, das ist süß. Genau. Die ersten Woche. Das Gute ist, bei uns können die Geschwister Elif, Amelia, alles zusammen anziehen. Die können einander tauschen, was sie gleich tun. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Müssen wir alles dreifach, gell? Oh, guck mal, wie süß. Die sind ja echt süß, Miley. Ja, finde ich auch. Was die alles findet, gell? Sind die ein bisschen groß für die Füchse? Ja, ich weiß. Aber egal, im Sommer ist das doch egal. Latschen. Soll ich mal aufmachen? Die wachsen schon. Ja, und jetzt kommt das zweite. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ein Kuschel? Eine Kuscheldecke. Mit Kuschelschaf. Mit Kuschelschaf. Gehört die dazu? Ja. Wir machen das mal auch hier. Also so klein ist das... Ähm, ja. Das passt schon, oder? Ja, das geht. Das geht doch. So lange sie halten. ja ja also 10 10 sieht man keine aber das machen kinderwagen oder so maus nicht nicht als kopf so als kinder steckt dann also ja das tritt muss schon einfach das trägt man nicht so jetzt die rein noch mal aufmachen noch die kira an dies auch neu ich darf nicht glücklich sagen so schnell ein jahr herum ja so meine lieben das war's mit dem video es war so ein sehr kleines video aber ein besonderes lasst also wir gehen jetzt noch raus mit wasser spielen wir machen den rasen springer auf und das war's mit dem video das ist auf jeden fall ein daumen zum nächsten mal